Will schon Zement rumliegen? Nein. Nein, noch nicht. So, ich habe es geschafft. Gott sei Dank, ey. So, dann einmal die 8. So, ich habe kein Zement gemacht. Was braucht man dafür? Zement. Ach, dafür brauchen wir Keratin. Haben wir ja noch gar nicht so viel, ne? Doch, geht eigentlich. Machen wir mal 100 Zement kurz. Ach ja, wenn doch nicht diese Steine wären. Ah, ist klar. Ist das ok, was brauche ich dafür? Das sollte lang. Zwei, das, das. Hä, wir können kein Dodo mehr packen. Was geht jetzt ab? Nö, was geht das nicht? Was dann? Ich kann deine Sachen nicht abreißen. Warum geht das nicht? Weil du sie gebaut hast. Dann brauche ich gleich mal deine Hilfe. Irgendwann. Ja, bin gleich fertig mit dem Dodo Dodo Gehege. Dodo Dodo. Oh, ich brauche jetzt noch Steine. Für drei Platten, ich glaube es nicht, ey. Ich glaube es ja nicht. Ah, den kann ich abreißen. Das ist schon mal gut. Dann machen wir das da als erstes. Dann tauschen wir das. Jetzt zerstört er meine Basis. Ne, ich tausche aus. So. So, das Holz da rein. Das nicht, das da rein. So. Und da war. Ach, den kann ich auch nicht abreißen. Äh. Wo haben wir uns ein Lager? Ach, da. Mach mal den linken Schrank bitte kaputt den hier. Warte kurz. Und den linken Schmelzofen, der nicht brennt. Äh. Warte kurz. Muss ich grad noch was reinschmeißen. Äh, linken Schrank denn da? Da, wo nix mehr drin ist. Ah, okay. So. Da, 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 da. Da von die Hälfte, da von die Hälfte. Immer da hin. Warum kann ich die Dodos nämlich, äh, packen? Weil die im Boden gepackt sind, so wie das aussieht. Na gut. Warte. Oder? Lass es. Alter, pfeif mal ab. Pfeif mal ab. Das ist so. Ja. Ähm. Ah, das ist gut. Oh, auf ein Neues. Schön eine Reihe, Dodos. Schell ist brav, hier rum. Was bist du, Männchen? Auch ein Männchen, so kommst du mit. Hier rüber, Läfte stehen. So, jetzt darfst du den rechten Schrank auch abreißen. Denn hier. So. So. Das rüber, das rüber. Das, das, das. Beide erstmal voll in die Haustür reingeschissen. Das, 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 das. Das, das weg. Die müsste ich abreißen können, weil die hab ich gebaut. Und mitkommen. Was bist du, ein Männchen? So. 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 Ich bin ein Wälder. ich habe es voll ist gar keine sind befruchtete eier drin willst du dich aufziehen was sind das für welche zwei befruchtete die loe und ein befruchtet die moff die moff kannst du vergessen dafür sind wir ganz ausgerüstet weibchen du kannst da hin Komm Weibchen. So. 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 Also, ich habe jeweils drei Partys Dodos. Haben wir noch eins drin? Was? Ein Dodo. Äh, nö. Alles klar. Deine Dylos sind hier drin. Ja, die Bräute ist schon okay. Ein Ovi ist hier drin. So, das heißt... Ähm... Ampel. Was habe ich jetzt noch hier? Oh, mein Feuerstein. Das habe ich schon. Das... So, Motor. Herstellung. Okay. Ich habe gerade noch schnell mal ein Lagerfeuer gebaut. Wer drüben? S plus hoffe ich für dich. Was? Das Lagerfeuer. Alles S plus nur noch. Deswegen bin ich ja gerade alles am Abreißen. Muss ich dich leider enttäuschen. Kein S plus. Nein. Nicht mitgedacht. Nee, nee, nee. Ah, sorry. Alles gut. So. So. Aber... Das nehmen wir mit. So. Das nehmen wir mit. So. Ja, das Gebäude. Will das ganze Gebäude abreißen, oder was? Nein. Nur die... Pränke, Feuer... Unsere Feuße. Ach, okay. Na gut. Sag an. Ich bin jetzt da. Dann bauen wir jetzt noch. Das, 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 das. Ach ja. Der Baumeister ist wieder unterwegs hier, ne? Das ist der Komische. Das, 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 das. Ich packe jetzt mal alles in der Tür raus. Hm. Die zwei Kisten kannst du schon mal abreißen, die bei dir sind? Jawoll. Handy kann ich... Die Frage, willst du da wieder Kisten haben, oder wo sollen da Schränke hin? Die Schränke. Ja. Das trifft sich gut. Hier in dem rechten Schrank sind noch zwei Schränke drin. Kannst du aufstellen. So. Wunderbar. Wie viele von den Lagerfeuern brauchen wir? Sechs Stück? Sei das? Ja. Komm, wir fahren, was du machen willst. Ja, erstmal die, die hier drin ersetzen. Dann hast du ja drüben bei den Dodos ein Lagerfeuer. Ja, eins hab ich schon. Ja, aber das soll ja auch auf Westplus, deswegen. Okay. Na gut. Dann mach ich sechs S plus Lagerfeuer. Gut. Dann hol ich es von drüben gerade. Können wir ja, während das produziert, das ausmachen. Hm. Äh, vielleicht mal... So. Hab's zerstört. So. So. Hab's zerstört. Ja, ich hab's zerstört. Ja, ich hab's zerstört. Ich hab's zerstört. Okay. Äh, denk aber dran, wir haben's bald... Ich baue sie doch gleich wieder auf. Gut, ich zerstör alles. Äh... Äh... So, das ist das für drüben. So, das ist das für drüben. Okay. Äh, brauche ich noch... Holz. Zwei da hin, zwei hier hin, richtig? Genau. So. Dann haben wir eins in Rückkant. So, jetzt brauchen wir... Holz. Holz. Achso, und das Fleisch nehmen wir einfach mit. Jetzt bin ich zu schwer, oder was? Nö. Jetzt bin ich mir zu schwer. Na gut. So. Kommt wieder raus. Da rüber. Brauchst du Holz? Nein, hab ich. Okay, dann an mir das Zeug. Ich hab's am Einrichten. Mach dann hier hinten noch schnell. Ah, oder so. Ich hab gesagt, ich bin am Einrichten. Ich bin Stress. Bin alt. Minus 12 Grad, ey. Also ich stehe jetzt hier bei zwei Feuern und mir ist kalt. Ja. Na gut, jetzt gerade nicht. Mir auch nicht. Bleib jetzt einfach mal da stehen. Ey, bei der Hälfte... Der Schrank vorne... Pass mal auf, wir müssen noch ein paar Wandfackeln einfach bauen. Das ist schon so. Wo du bist... Noch nicht. Das heißt, dich können wir abreißen. Habe ich noch keinen gebaut? Okay, dann bauen wir einen. Auch nicht schlimm. Nein. 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 So. Oha. Wart mal. Wandfackeln. Wandfackeln mit S plus, ne? War das? Äh, musst halt auf Englisch dann gucken, ne? Oder du guckst, wo die Wandfackeln sind, in welchem Level. Und guckst dann in dem gleichen Level. Hm. Oder wie wärs mit ner fetten Feuerstelle? Was für ne fette Feuerstelle. Was für ne fette Feuerstelle. Mit dem Schornstein nach oben, meinst du? Ohja. Dann hätten wir es hier unten auf jeden Fall schön warm. So. So. Der Kochtopf kommt wieder hier neben, richtig? Genau. So, da würde ich noch was anderes gerne einsetzen. Gut. Äh, ich komm gleich wieder. Ich geh grad mal auf, äh, auf die Dippe. Ich lass aber die Aufnahme weiterlaufen, ne? Mhm. Bis gleich. So, ob das funktioniert. Das ist ja geil. Das geht ja schnell. Mal probieren. Muss man auch erstmal wissen. Hier kann ich die Mühe machen müssen. So, ein Mist. Egal. Was für ein Mist. So, was ich hier fit into? Ich bin dran. So, ich kann mir nicht mehr gehen. So, ich bin dran. Ich bin hier für ein Mist. Sonsten. Ich bin dran. So, ich bin dran. So, wie sie die Hölle ist. Und das ist so schön. So, ich bin dran. So, ich bin dran. So, ich bin dran. Ich bin dran. So, ich bin dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020